Es regnet und es ist windig, heute kommt keiner, nicht mal Edda. Das ist kein Wetter für Tinker. Edda, was machst du hier? Nee, berühr mich nicht, die ist echt da. Ja, Pony, who kommt auch mit? Pony, who kommt auch mit? Oh, noch mal windig heute, time to... Ein noch, ein noch, ein noch, ein noch, Edda, Edda, ein noch, ein noch, ach, nö. Philbert, du kommst auch mit. Hast du gerade gepuppt? Ja, habe ich. Leute, jetzt stellt euch doch nicht genau drauf. Das ist der Tinker, der sich anstellt. Pony, who hat gepuppt? Ich habe es gehört. Ja, Mann, wir gehen ja da durch. Ja, dann musst du weggehen, Philbert. Oh, ist das anstrengend, Paul, Julia mit Edda. Philbert? Ja. So, wir gehen jetzt nämlich in die Halle. Jaha, wir gehen ja. Habt ihr das gehört? Wir gehen in die Halle. Oh, nein.